Wir wollen die Vorteile der LED-Leuchten weiterhin nutzen, wollen aber nicht dieses aggressive Signalbild, was heute schon bei vielen Fahrzeugen existiert, wollen wir doch reduzieren wieder auf ein vernünftiges Signalbild, angepasst an die jeweilige Fahrsituation. Und dazu haben wir natürlich ein Bremslicht und wie Sie jetzt feststellen, das Bremslicht ist doch sehr hell. Wir brauchen aber am Tage ein sehr helles Bremslicht, weil die Sonneneinstrahlung sonst uns das Signalbild verdirbt. So, wir werden aber, das ist trotzdem störend bei Nacht, also werden wir bei Nacht, das ist die sogenannte Meerpegelleuchte, wir werden bei Nacht den Pegel absenken, weil es jetzt immer noch deutlich sichtbar ist das Signalbild, jedoch ist es nicht mehr störend und blendend. Und dann, wenn Sie an die Kreuzung fahren oder in den Stau kommen, werden wir den Pegel nochmal absenken, sodass Sie, wenn Sie einem erzähltes S-Klasse folgen, werden Sie das Signalbild weiterhin bestand haben, aber Sie werden nicht mehr geblendet.